Wir bauen uns erstmal ein, so. Da kommen wir auch noch mit Endepeile raus zur Noten. Achso, geht schon los, ja, äh, äh, hallo, ähm, ich bin grad, äh, ich bin grad dabei hier auf nem Spiel, oh, ich hab ne Kacke, okay. Okay, gut, kann losgehen, ähm, wir spielen heute ne Runde 1, Brothers 1, und das sind alles meine Fans, ich hab grad auf Twitter gepostet, dass wir jetzt 1, Brothers 1 spielen, und das sind alles meine Fans, die ihr hier seht. Ist schon heftig, wie viele Fans ich hab, ja, sind mir grad alle hinterher gejoint. So, dann gehen wir auch direkt mal in die Watteschlange, oh, ich krieg ja schon tausend Herausforderungen, also ich weiß nicht, ob ihr die seht, aber, wie findet ihr Windows 10? Ähm, so, da geht's schon direkt los, bauen wir uns hoch mit meinem Kit, äh, ähm, muss ich kurz überlegen. Wir bauen uns erstmal ein, so. Da kommen wir auch noch mit Endepeile raus zur Noten. Gut, zugebaut. 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 Okay, und da kommt man nicht mehr durch. Gut. Jetzt nehmt die Waffe mit. Jetzt denkt er so übelst an mir. Aber dann kommt die Waffe mit. Von da. Von ganz hinten. Und gib ihm die Kombo des Todes, oh, oh, er hätte mich aber auch fast gekriegt. Naja, egal. Gut. Die Arena wird vorbereitet. Ach ja, eigentlich, übrigens, das ist meine erste Runde. Und wenn ihr noch für den Kanal, ähm, Verbesserungsvorschläge habt, sei es Ton, dass ich besseren Ton mache, weil ich habe jetzt auf die beste Qualität eingestellt. Das ist also ziemlich scheiße, wenn der Ton schlecht wäre. Wenn ich irgendwas verwassern kann, schreibt es in die Kommentare. Ich werde es auf jeden Fall lesen. Ja, stimmt. Den könnte ich auch mal nehmen. So, ähm, da kommt der. Ach du Kerl. Okay. Och, Mann. Ich musste den Doppelsprung rausnehmen. Zu viele nutzen das einfach aus. Um einfach die ganze Zeit nur wegzurennen, ey. Schlimm. Äh, ich bin nicht noch drin. Äh, du wurdest vor... Ah, okay, ich muss wieder rein. So, ähm. Also, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, sei es irgendwas, schreibt es mal in die Kommentare. Ich lese es. Außer es wird nicht angezeigt. Das habe ich manchmal, dass es einfach nicht angezeigt wird, dass ich einen neuen Kommentar bekommen habe. Ich verstehe es nicht. Ja. Und, ähm, wenn ihr irgendwas, ähm, für Tennis wollt, ein Spiel oder so. Warte, wer hat mich hier, Tim? Ach du Kacke. Mädchen 2 wurde in den Kommentaren gewünscht. Das werde ich natürlich spielen. Ich versuche es. Schauen wir es mal so. So. Ah, geht gleich los. Perfekt. Komisches Kit. Hat er. Also man muss sich hier mit dem Bogen werfen, bis man tot ist. Also eigentlich kann ich es viel besser mit dem Bogen, aber wenn man so unter Druck ist, wenn der Gegner auch so nah ist. Ah, okay. Dann hat man schon, das ist schon anders, als wenn man, ähm, das, was es irgendwie macht. Eine Runde noch, ne? Komm, eine Runde kriegen wir hin. Dann machen wir jetzt Schluss für heute. Es sei dann nur etwas kurzer. Dafür kommt man, ähm, heute wahrscheinlich noch eine. Also heute kommen zwei Videos. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht gestern keins kam. Gehen wir gleich hin. Komm, und dann rüber. Oh. Hm. Tja. War das schön und hängen noch eine Runde dran? Ne? Doch? Okay, dann hängen wir noch eine Runde dran. Letzte, wirklich. So, okay, gut. Tschüss. Das war heute wieder eine Eats-Runde. Ja, erstmal sneaken. So, die Bogen entfernt. Gut. Tschüss, Leute.